Lieber Gast, Sie haben ein E-Bike gemietet bei Ihrem Hotel oder ein E-Bike zur Verfügung gestellt bekommen. Ich möchte Ihnen dieses Fahrrad kurz vorstellen. Das ist ein BMC E-Mountainbike, Full Suspension, voll gefedert. Das heisst, Sie haben vorne eine Federgabel und hinten einen Dämpfer. Sie können vorne die Federgabel blockieren, indem Sie vorne rechts den Knopf nach rechts drehen oder wieder zurück. Dann ist sie wieder entblockiert. Am Dämpfer machen Sie am besten nichts. Dann haben Sie das Cockpit. Wenn Sie die bremsen, ist es immer wichtig, dass Sie zwei Finger an den Bremsen haben, weil Sie hydraulische Scheibenbremsen drauf haben. Wenn etwas kommt, ein Hindernis oder irgendetwas Ungeplantes, dass Sie bremsen können. Dann haben Sie das Antriebssystem. Das ist ein Shimano-Antriebssystem. Das starten Sie unten. Wenn Sie hier unten am unteren Rohr ist, ist ein Knopf. Dann können Sie drücken. Dann startet das System. Dann braucht das System zwei, drei Sekunden. Was ganz wichtig ist, wenn Sie das System starten und gleichzeitig den Fuss auf dem Pedal haben und das System starten, dann gibt es eine Fehlermeldung. Wenn diese Fehlermeldung kommen würde, dann schalten Sie einfach das Fahrrad wieder aus und schalten Sie es wieder ein, ohne Druck auf den Pedal zu haben, damit diese Fehlermeldung nicht kommt. Auf der linken Seite können Sie dann die Unterstützungsstufe wählen. Sie haben drei Unterstützungsstufen. Echo, Trail und Boost. Und wenn Sie zurückgehen natürlich wieder runter bis gar keine Unterstützung. Auf der linken Seite haben Sie ebenfalls einen Hebel. Wenn Sie den betätigen können, können Sie die Sattelstütze absenken. Wenn Sie den Hebel loslassen, bleibt die Sattelstütze unten. Wenn Sie den wieder drücken, kommt sie hoch. Zum Ausschalten des Fahrrades drücken Sie einfach wieder den Knopf unten am Unterrohr, damit das System runterfährt. Wenn Sie den nicht drücken, nach zehn Minuten schaltet es von selbst aus. Das ist das Wichtigste, was es dazu zu sagen gibt. Ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Spass beim Fahren. Danke. Tschüss.